Hallo zusammen und willkommen bei meinen Puttrills at home. Der Spiegel-Drill mit Tor ist mein wichtigster Basis-Putt-Drill fürs Putting. Dabei benutze ich einen handelsüblichen Puttspiegel, bei dem der Ball auf dem Boden liegt. Ich bevorzuge den größeren Passspiegel, weil ich hier meine Augen- und Schulterposition besser sehen und korrigieren kann. Um zu überprüfen, ob meine Schlagfläche square an den Ball gekommen ist, baue ich in etwa 40 cm vor dem Ball ein Tor. Ich bevorzuge dazu Gegenstände aus dem Alltag, die nicht umfallen können. Je weiter das Tor, umso leichter geht er durch, je enger das Tor, umso genauer ist das Feedback. Viel Spaß beim Ausprobieren und bleibt gesund! Bis zum nächsten Mal! 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 ... ... ... ...